Wir werden heute alle Hagiwagi Monster in einem einzigen Video besiegen. Deshalb Leute, versteckt euch lieber unter eurer Bettdecke, holt euch was zu trinken, holt euch Popcorn und jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Film. Es geht los, ich bin unnormal gehypt und auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Schiss Leute, ich sag's euch ehrlich. Äh, holt euch auf jeden Fall Popcorn, es wird spannend. Wo muss ich denn jetzt hier lang Leute? Ich schau mich erstmal ein bisschen um. Okay, hier kann ich anscheinend erstmal nicht weiter, okay. Bruder, oh mein Gott, das wird heftig heute, einfach Hagiwagi. Kann ich hier hinter? Ich hör da irgendwas. Hallo, ist hier jemand? Okay, da oben fährt irgendein Lokomotiv rum, keine Ahnung, was die da macht. Aber ist hier irgendwas? Hier sieht es eigentlich ruhig aus, hier ist nochmal so eine K... Bruder, warum ist da Blut? Das startet ja schon mal richtig geil rein, Leute, oh mein Gott. Okay, da drüben ist auch noch eine Tür, ich würde sagen, wir steppen da auch mal rein, Leute. Okay, ich guck jetzt mal da. Okay, hier ist auch eine Tür, aber die ist verriegelt. Hallo, lass mich rein! Okay, die ist zu, wir müssen hier irgendeinen Code eingeben. Die Frage ist, wo kriegen wir den Code her, Leute? Digga, ich hab jetzt alles ausprobiert. Hier muss irgendwo... Warte mal. Die Lokomotive. Grün, rosa, gelb, rot. Grün, rosa, gelb, rot. Wir merken uns. Grün, rosa, gelb, rot. Grün. Rosa. Gelb. Rot. Lol. Als wenn das jetzt einfach funktioniert hat. Okay, wir sind weiter, meine Freunde. Digga, oh mein Gott, ich kann mir gleich ein, alter Bruder. Was ist das? Da mir liegt irgendwas. Eine Kassette, warte mal. Okay. Haben wir jetzt irgendeinen Fernseher angemacht, Leute? Und der zeigt mir jetzt irgendwie so ein Spielzeug. Das ist anscheinend da drin irgendwie. Okay, es ist zu Ende, okay. Jetzt geht da irgendwie so eine Klappe auf, Leute. Wie kann ich das jetzt nehmen? Was liegt da? Was zur Hölle ist das? Lol. Okay, das ist jetzt anscheinend irgendwie so ein Spielzeug. Das brauchen wir gleich noch. Damit können wir irgendwie so Sachen ranziehen. Komm her, du stur Junge. Okay, Leute. Keine Ahnung, für was wir das brauchen. Werden wir gleich herausfinden. Die Frage ist... Warte mal, ich habe eine Idee. Genau, da oben war nämlich so eine Hand, Leute. Wartet mal. Kann ich damit jetzt... Aha! Ich wusste es. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein, nein. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, Leute, einfach Hagi-Wagi. Aber warte mal, macht der irgendwas? Der steht da so gruselig. Warum guckt der mich so an? Bruder, es passiert doch gleich irgendwas. Junge, kann ich ihn irgendwie schlagen oder so? Bruder, ich habe echt Angst, da jetzt reinzugehen, Leute. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht, Bro. Ey, Bruder, du tust mir aber jetzt nichts, oder? Also, Bruder, auch korrekt. Wäre wirklich korrekt, wenn du mich jetzt nicht isst oder so. Gib mir High Five, Bruder. Oder auch nicht. Okay, er will mir kein High Five geben. Okay, tut mir leid. Bruder, ich habe Angst, wenn ich jetzt weggucke, dass er mich gleich aufisst. Tja, der bewegt sich doch gleich, Junge. Da passiert gleich irgendwas. Aber wo müssen wir hin? Hier. Junge, willst du irgendeinen Würfel oder so vielleicht haben, Bruder? Also, ich weiß nicht. Da braucht man irgendwie noch eine rote Hand. Das heißt, da kommen wir auch nicht rein. Warte mal, da ist wieder so eine Hand, Leute. Wartet. Ähm. Oh mein Gott, mein Herz. Auf einmal hat Hagiwagi einen Schlüssel in der Hand, oder was? Dann gib mir her das Ding. Dankeschön. Wir haben jetzt anscheinend einen Schlüssel oder so. Die Frage ist, für welche Tür? Für die nicht. Ah, für die. Moin, Meister. Ja, gut. Hagiwagi, dann bleib du mal ruhig da stehen, ja? Aber bitte bleib auch da stehen. Digga, das sieht doch unnormal kussisch übel aus. Bruder, was geht denn hier schon wieder ab? Ah, hier ist irgendwas. Oha, Digga. Ja. Okay, wir müssen das jetzt einmal, glaube ich, festhalten. Genau. Okay, wir müssen es jetzt mit irgendwas verbinden, Digga. Die Frage ist, mit was? Ist hier irgendwo? Warte mal, hier ist so ein Generator, Leute. So. Oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt irgendwas zum Laufen gebracht. Ich. Nein, Bro, bitte, Digga. Warum musst du jetzt so machen? Hagi, Bro. Ich habe gesagt, du sollst nicht weggehen, Bro. Okay, jetzt aber. Okay, wir öffnen die nächste Tür, Leute. Und, oh mein Gott. Bruder, nein. Nein, nein. Ich will nicht mehr, Bruder. Bitte, Hagi, Bro. Nein, hallo. Hör auf. Bruder, mach jetzt nicht so. Oh mein Gott, Digga. Digga, mein Herz. Alter, Bruder, ich kann das nicht. Bruder, ich habe Angst. Bitte, Bruder. Hallo? Hagi, bist du hier? Wir können auch in Frieden so machen, Bruder. Du musst mich jetzt nicht essen, ja? Ich habe halt einfach übel Angst, dass Hagi jetzt gleich kommt und mich aufisst. Bruder. Hagi, du blöd. Bruder, bitte, tu mir nichts. Ich habe dir doch nichts getan, Bruder. Wir müssen hier irgendwas reinmachen, glaube ich. Warte mal. Ähm. Ah. Wir brauchen jetzt irgendwie vier von diesen komischen Dingern da. Ja, okay. Dann. Warte mal. Da liegt eins. Junge, nicht du. Geh beiseite. Ich brauche dieses komische Teil da. Danke. Was ist das? Bitte einmal die Tür aufmachen, der Herr. Oh mein Gott. Glück gehabt, Leute. Keine Ahnung, Juhaki, der uns aufisst. Äh. Von hier komme ich doch gerade. Hä? Bin ich dumm? Warte mal. Da hinten liegt noch was. Ich habe noch. Ich habe noch eins gefunden. Hier ist noch eins. Einmal her damit. Dankeschön. Dann. Hier lag auch noch eins. Ich habe es gesehen. Tada. Geh zur Seite, Junge. Her damit. Was? Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt alle von diesen komischen Teilen da haben. La, 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 la. Einmal bibib. 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 Ähm. Hallo? Was passiert hier? Bruder, ich habe Angst. Mach doch jetzt nicht so. Äh. Bruder, was geht hier ab? Hallo? Was ist das? Lol, da ist... Lol, das ist ein zweiter Handschuh. Ist das ein zweiter Handschuh? Lol. Jetzt habe ich zwei von den Dingern. Mium, mium, mium. Ah, ist das geil. Trotzdem nicht so cool, wenn Hagiwagi gleich kommt. Der muss ja irgendwo sein, Leute. Also, Bruder, wenn er jetzt nicht gleich kommt und mich aufisst, weiß ich auch nicht. Bruder, bitte. Okay, einmal blau und einmal rot. Och, nö, Digga. Nee, 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 nee. Bruder, ich gehe da nicht rein. Ich gehe da doch jetzt nicht rein, Bro. Warte mal, hey. Oh mein Gott. Nein. Ah, bitte, Bro, bitte, bitte. Hagi, friss mich nicht. Oh mein Gott. Bruder, ich kack mir gleich ein, Alter. Digga. Ich kann das nicht. Bruder, hallo. Okay, wir machen jetzt einmal zack. Dann einmal nach unten. Schön. Und. Ey, Bruder, hallo. Chill mal. Chill mal, Bruder. Ey, ich will hier, ich will hier nicht hoch. Bitte, bitte, Bro. Esst mich nicht, Bro. Hagi. Hagi, Bruder. Bitte. Bruder, bitte. Bitte ess mich nicht. Bitte nicht. Bruder, hallo, stopp jetzt. Reicht. Ist okay. Bruder, reicht doch jetzt. Mein Herz, lauf. Ah. Digger, ey. Mach doch nicht so mit mir. Die Frage ist nur noch, wo Hagi bleibt. Hagi, wacki. Wir sind beste Freunde. Das waren wir doch schon immer. Also, also, komm schon. Bitte ess mich nicht, Bruder. Ist wieder so ein komisches Energieteil da, Leute. Wir ziehen das jetzt noch einmal nach drüben. Dö, dö. So. Bamm, Digger. Dö, dö, dö. Digger, okay, chill mal. Bruder, was passiert jetzt? Ich glaube, wir müssen jetzt erst mal wieder nach unten. In der Hoffnung, dass Hagi, wacki jetzt nicht gleich kommt und uns auf ist. Alter, Bruder. Junge, das zieht sich aber auch. Digger, kommt der jetzt, Bruder? Ah, ich hab voll Schiss die ganze Zeit. Aber warte, wir müssen erst mal das Energie jetzt hier anmachen. Huh. Digger, erschreck mich doch nicht so. Hallo. Okay, ich glaube, jetzt können wir das umlegen. Ah. Tidö. Njung. Okay, jetzt kommen hier irgendwelche komischen Sachen raus. Das sieht irgendwie wie ein komischer Arm aus. Aber frag mich nicht, was damit jetzt gemacht wird. Die kommen jetzt in irgendeine komische Maschine da rein. Digger, was passiert hier jetzt? Bruder, ich schwöre, ich kann mir gleich ein, Digger. Was passiert denn hier? Da kommt irgendein komisches Vieh jetzt raus. Irgendeine Katze oder sowas. Ich baue jetzt irgendein Spielzeug zusammen. Frag mich nicht, für was. Ah, jetzt ist eine wunderschöne Mieze-Katze draus geworden. Super. Ha. Habe ich toll gemacht. Junge, jetzt komm her, du Mieze-Katze. Komm her, Junge. Komm her. Junge, ich will dich jetzt haben. Komm her. Bip. Ich glaube, wir müssen die Katze jetzt hier reinmachen oder so. Ha. Perfekt. Ich wusste es doch. Okay, jetzt. Bro. Ich bitte dich. Wahrscheinlich gehe ich da jetzt freiwillig rein, ja? Bruder, bitte, Bruder, bitte, Bruder, bitte. Ich bitte dich einfach, Hagi, Wagi, bitte, Bruder. Wir sind immer Freunde gewesen, Bruder. Ich habe hier noch nichts getan. Vielleicht kann ich auch hier rein. Okay, war ein Versuch wert. Vielleicht da? Okay, auch nicht. Hallo? 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 Oh, oh, oh. Ey. Ah. Bruder, ey. Hagi. Junge, schimm mal, Bruder. Ey, Bruder. Bruder, ey, Bruder. Hagi, 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 schimm mal. Äh. Hallo? Ah. Ich bin gerade tausendmal gestorben. Ich schwöre, eintausendmal. Eintausendmal bin ich gerade gestorben. Okay, Bruder. Versuch Nummero zwei. Hagi, Digga, ess mich jetzt nicht, ja? Junge, renn doch. Bruder, renn um dein Leben. Renn. Hagi, Digga. Wo muss ich lang? Äh. Äh. Ey, hallo, Bruder. Hagi. Hagi, Digga. Ey, Bruder, chill. Hagi. Bruder. Hagi. Hagi. Bruder, du musst das nicht machen, ja? Du musst das nicht machen. Hagi. Hagi. Ey, 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 ey. Oh. Okay, Bruder, letzter Versuch jetzt, Digga. Bruder, bitte, ich kann das nicht mehr. Bruder, das Spiel, das ist zu viel für mich. Ich schwöre bei Gott. Ah. Bruder, bitte, Hagi, Bruder. Nein. Das ist doch falsch. Nicht schon wieder. Sag, Gasse, nein. Bitte, Bruder. Oh. Renn. Bitte, Bruder, renn. Bitte. Bitte, bitte. Nein, nein, nein. Ich kann das nicht mehr, Bruder. Okay, Digga. Bruder, letzter Versuch jetzt. Bruder, Hagi. Ich schwöre mein Gott, wenn du mich jetzt noch mal isst. Ich verkraft das nicht mehr. Hilfe. Hagi. Hagi, Bruder. Hagi. Bro. Bruder. Hagi. 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 Bruder. Chill jetzt. Ah. Nee. Nee. Ah. Hier lang. Da geht's nicht lang. Sackgasse schon wieder. Hier lang. Oh. Ah. 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 Bruder, jetzt. Jetzt. Bruder. Renn schneller. 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 Runter. Oh. Ey. 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 Bruder. Komm runter. Zieh. Zieh. Das Spiel hat mich umgebracht. Ich schwöre, Digga. Bruder, das. Digga, Leute, tut mir eingefallen. Bruder, spielt das Spiel nicht. Spielt es nicht. Digga, ich kann das nicht mehr. Bruder, ich kann das wirklich nicht mehr. Ja, wo zur Hölle muss ich jetzt lang, Bruder? Ich will doch einfach nur hier raus, Junge. Ich will doch einfach nur hier raus. Bitte, Bruder. Lass mich einfach hier raus, ja. Bitte, 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 bitte. Ich will einfach nur hier raus, bitte, ja. Ich bin in irgendeinem komischen Haus jetzt, ja. Digga, wenn jetzt irgendein Chumsker kommt, ne. Was zur Hölle? Hallo? Äh. You opened my case. Ah! Anscheinend soll jetzt seine Freundin hier spuken, Leute. Und wir werden auch schauen, ob Huggiwuggi vielleicht doch noch irgendwie am Leben ist, Leute. Also, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, Leute, dann checkt ihn auf jeden Fall aus. Weil das ist ja jetzt quasi Huggiwuggi 2. Und ich sag euch ehrlich, ich hab direkt schon ein bisschen Schiss. Wir sind irgendwie, glaub ich, hier aufgewacht. Also, wenn wir uns rechten sind, sind wir in der letzten Folge am Ende ja in so einem Gang gelandet. Das sieht eigentlich alles recht ähnlich aus. Wir haben auch hier direkt zum Start unsere zwei Hände hier auf jeden Fall. Ihr seht das, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich hab direkt wieder richtig Schiss. Weil, Leute, Huggiwuggi ist auf jeden Fall ein Spiel, mit dem man nicht spaßen sollte. Leute, ansonsten, äh... Bro, ich mag sowas jetzt schon wieder gar nicht. Das ist schon wieder ein... Das ist wirklich direkt gar nicht cool, Bro. Ich mag solche Gänge gar nicht. Also, die geben mir wieder einen ganz ekligen Vibe. Ansonsten, da ist Huggiwuggi. Da ist irgendein Dino. Und hier ist wieder alles am flackern irgendwie, Bro. Kann ich hier vielleicht rein? Okay, die Türen sind anscheinend wieder abgeschlossen, Leute. Okay, war klar. Ja, ich hab irgendwie auch Angst, dass da hinter mir jemand wieder kommt und mich abmorgsen will. Äh, okay, wo soll ich jetzt? Lang ist die... Oh, nö, Bro. Äh, nicht schon wieder so. Bruder, hier ist wieder alles voller Blut, Mann. Da hab ich schon wieder gar keinen Spaß dran. Also, wirklich nicht. Können wir nicht einmal spielen, ohne dass es gruselig wird, direkt so zum Start? So, kann ich hier rein? Okay, auch abgeregt. Wir brauchen anscheinend wieder irgendeinen Schlüssel, oder? Oh, was, Bruder? Was ist denn das schon wieder, Jo? Da hat schon wieder jemand geredet. Ich schwöre. Okay, wie komm ich jetzt hier rüber? Wir müssen uns hier lang hangen, glaube ich. Ja, wow. Oh, nein, noch mehr Blut, Bro. Ey, komm schon, Mann. Huggy Wuggy ist Freundin. Das, was ich mit deinem Freund gemacht habe, ich musste das machen. Er wollte mich essen. Äh, press here. Äh, okay. Junge, Huggy Wuggy ist einfach am Lachen. Hör auf, so dreckig zu lachen, Junge. Da ist eine Tür, wartet mal. Wir müssen, glaube ich, mal die Fässer beiseite ziehen, Leute. Äh, okay. Es ist wieder dunkel und wieder alles voller Blut. Da ist irgendein Puppenkopf. Und da ist ein Schlüssel. Den klaue ich mir einmal, ja? Ist okay, oder? Also, ich nehme mal sehr stark an, dass das wahrscheinlich der Schlüssel ist, den wir für diese rote Tür da brauchen. Das heißt, wir versuchen, die Tür erneut zu öffnen. Hallo, ist hier jemand? Wenn ja, mach keine Faxen, ja? Äh, Huggy Wuggy. Das sind so kleine Easter Eggs. Ich glaube, er lebt noch. Er kann nicht tot sein, Leute. So, was ist das für ein komisches Teil da? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh, Junge, mein Herz erschreckt mich doch nicht so. Äh, oh, Bruder, nein. Nicht schon wieder so Schacht und sowas. Das, sowas ist schon wieder gar nicht lustig. Ich schwöre, da kriege ich schon wieder richtig, richtig Angst zustände, wenn ich hier wieder so rotes Licht sehe, Bruder, bitte. Also, wer auch immer hier ist, bitte ess mich nicht, ja? Ah, mein Meister. Äh, Huggy. Was geht? Ah! Bruder, erschreckt mich doch nicht so. Mein Herz, Digga. Du hässlige Puppe, ich habe mich voll erschrocken wegen dir, Junge. Okay, wir müssen anscheinend wieder Strom machen oder so. Dann einmal herkommen, bitte. Wir machen einmal wieder Strom, ja? Einmal hier, einmal da und einmal hier. Tidid! Okay, sie bedankt sich, aber warum bedankst du dich jetzt bei mir? Okay, ja, dann geh jetzt lieber. Bruder, wo bist du? Hallo, die redet ja immer noch. Ich will hier raus. Hallo! Lass mich raus! Sie sagt, wir sollen wieder rausgehen. Also, ich wollte doch echt nur gucken, was die... Ja, ich geh doch... Ich geh, ich geh ja schon. Ja, gar kein Stress. Ich geh ja schon wieder. Digga, Alter, das ist schon wieder richtig creepy hier, Alter. Also, Leute, ich gebe euch auf jeden Fall keine persönliche Empfehlung, das Spiel selber zu Hause zu spielen. Junge, ich bin auf, mich zu erschrecken. Okay, jetzt ist anscheinend das Teil hier aktiviert, Leute. Okay, ich würde sagen, wir öffnen die nächste Tür in der Hoffnung, dass... Äh, ich will nicht. Immer wenn sich Türen öffnen, passiert irgendwas Schlimmes. Hier geht's auf jeden Fall tief nach unten, ne? Da singt jemand! Ey, Bro, bitte! Wer auch immer da singt! Äh! Ich habe Angst, lass mich raus! Okay, Türen sind alle abgeschlossen. Da kommt irgendwie Gesang oder so. Die Puppe ist wieder hier. Was machst du hier, Puppe? Ah! Junge! Was geht hier? Vorsicht! Hagiwagis Freundin! Wer auch immer das war! Macht das ja nicht mit mir! Digga, ihr wollt doch nicht, dass ich jetzt hier reinspringe, Bro! Digga! Ich will das nicht! Ah! Äh, hallo? Bruder, ich will raus hier! Äh... Interessant! Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin, aber es sieht auf jeden Fall nicht cool aus! Abgesehen davon wurde die kleine Puppe gerade von irgendeinem neuen Monster einfach in das Loch reingezogen. Das war irgendwie so eine pinke Hand! Also, ich vermute mal sehr stark, dass das Hagiwagis Freundin war! Wir müssen jetzt erstmal diese Dinger hier wieder verbinden, ne? Äh... Ach, nö, Digga! Bro, ich mag sowas nicht, ja? Ich glaube, wir müssen jetzt diese Tür hier aufmachen, Digga, die ist aber wieder voller Blut. Äh! Meine Hand! Meine Hand! Äh! Bleib fern von mir! Und gib mir meine Hand wieder! Hey, Chimma! Hallo, Chimma! Was zur Hölle ist das? Das ist die Freundin von Hagiwagi! Nee, ich will kein Spiel spielen! Lass einfach gehen, ja? Nee, nee! Geh weg! Ich mag das nicht, ja? Nein, nein, nein! Ich geh einfach jetzt, ja? Nee, ich werd keinen Spaß haben! Meine Hand hält ich einfach gern wieder, ja? Junge, geh weg jetzt! Junge, die hat gesagt, die will mein inneres Essen, während ich am Leben bin! Ich will nicht mehr! Junge, ich spiele das Spiel seit 5 Minuten und es ist jetzt schon wieder komplett übertrieben, Alter! Digga, no joke, ich laufe jetzt schon am Limit! Und mir fehlt jetzt einfach eine Hand, Bro! Und warum sind hier wieder tote Kuscheltiere, Digga? Was soll die Scheiße, ja? Äh, was zur heiligen... Och, nö, Digga! Och, nö, och, nö! Ich will das nicht, ja! Bruder, wo zur Hölle bin ich hier, Alter? Also, ich sag euch meine ehrliche Meinung, bis jetzt viel gruselischer als Hakiwaki 1. Da oben ist ein Entzug und wir brauchen dafür, glaube ich, irgendwie eine grüne Hand oder so. Wo soll ich jetzt eine grüne Hand herbekommen? Äh, aha! Moin, Meister! Da piept irgendwas. Äh... Was hab ich gemacht? Ich... Die hat drei Spiele für mich, sagt sie, aber ich will eigentlich keine Spiele spielen! Sie wird testen, wie schlau ich bin! Bro, was... Och, nö, Digga! Die will jetzt nicht wirklich, dass ich da reingehe, Bro! Da ist schon wieder alles voller Blut! Das kann nur nach hinten losgehen, Digga! Jetzt mal ganz ehrlich, ja! Okay, hier komm ich nicht rein! Da ist abgeschlossen, ah! Kann also nur da lang! Digga, wo zur heiligen Hölle bin ich denn hier gelandet, Bro? Digga, was ist da... Bro, ich mag keine Tunnel! Warum muss ich jetzt in einen Tunnel reingehen? Ich spiele ein Roblox-Horrorspiel und soll in einen Tunnel und hier ist alles dunkel, Digga! Perfekt! Ist ja richtig cool! Kannst du vielleicht bitte Licht machen? Das wäre richtig korrekt, Bro! Ah! Äh... Hier piept irgendwas? Okay! Äh... Was geht hier vor sich? Okay! Wir müssen, glaube ich, irgendwas bauen, Leute! Ach, ich glaube, wir bauen uns jetzt einen eigenen neuen Handschuh, weil wir brauchen eine neue Hand, Leute! Okay, Step 2! Einmal Wasser, bitte! Äh... Äh, aber das funktioniert nicht! Wir müssen das reparieren vorher! Wartet! So, fahrts, Digga! Okay, was ist Nummero 2? Jetzt aber! Okay, jetzt wird das irgendwie da hochgepumpt? Kommt da rein? Äh... Äh... Okay... So, Step Nummero 4 jetzt... Ne, Nummero 3 ist das jetzt, glaube ich... So, einmal... Zack! Äh... Äh... Mein Arm ist jetzt aufgeladen und was passiert jetzt? Wir müssen irgendwas anderes damit machen! Hier muss irgendwo was sein! Meine Hand ist jetzt aufgeladen! Da oben ist so eine komische Kralle! Wartet mal! Aha! Äh, äh, äh... Äh... Bruder, was... Was... Was passiert jetzt? Okay, Leute, ich habe jetzt auch gecheckt. Man muss das Teil hier anscheinend bewegen, ehe ich das erst aktivieren muss. Keine Ahnung, frag mich nicht! So, dann komm einmal nach hier oben! Zack! Ja, so ein Ding ist das! Jetzt machen wir so... Und jetzt... Pats! Oha! Es funktioniert! Junge! Komm her, du dreckiger Dino! So! Jetzt lass mich nach oben, Alter! Ha! So ein Ding ist das! Ihr könnt mich mal! Oh nö, Digga! Was ist denn das jetzt hier? Das sieht schon wieder absolut gruselig aus! Ich habe schon wieder gar keinen Bock! Digga, Leute! Ich blicke hier gar nicht mehr durch! Ich will doch einfach nur raus hier! Digga, noch irgendwie höre ich die ganze Zeit so komische Klopfgeräusche an den Wänden! Das ist auch total komisch! Ich schraff gar nichts hier! Ah! Oh mein Gott! Kann ich bitte jetzt einfach hier raus? Geh weg, du dummer Stuhl! Ich will raus hier! Äh... Ich bin wieder draußen! Ich bin ja jetzt wieder hier! Stimmt, sie hat ja gesagt, wir müssen drei Minispiele machen! Ja! Jetzt haben wir Minispiel 2 freigeschalten! Applaus! Dann komm mal her, Kollege! Ich habe eigentlich gar keine Lust... Weg... äh, Wagi! Oh nein! Leute! Ich glaube, Hagiwagi ist zurück! Ich dachte, wir haben... Wir dachten alle, dass wir Hagiwagi zur Strecke gebracht haben, aber ich glaube, es war doch nicht so... Bruder, ey! Ey, Bruder, was geht jetzt hier vor sich? Was ist denn das jetzt hier? Hä? Hier so... Nein, lass mich... Ich will nicht, Bruder! Hier ist alles voller Blut schon wieder! Digga, was muss ich hier machen? Hier ist alles voller... Ey, die ist schon wieder da! Hagiwagis, Freunde, mach einen Abgang! Ah, da ist ein Hagiwagi! Da oben ist auch einer! Hier sind überall Hagiwagis! Äh! 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 Leute! Hagiwagis! Ganz viele! Äh! Bitte, bitte, Bruder... Bruder, warum lebst du? Hagi! Warum lebst du? Äh! Nein, geh weg! Ey! Die wollen mich alle fressen! Äh! 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 Hör! Mommy is so proud of you! Habe ich es geschafft jetzt, oder was? Mommy has another hint for you! Wie? Hä? Hä? Was will die jetzt von mir? Geh her damit! Ah! Sie sagt, wir haben nur noch ein einziges Game übrig! Junge, lass mich doch einfach hier raus! Ich will das alles gar nicht! Oder lass mich jetzt einfach raus hier, ja? Lass mich einfach gehen! Digga, bitte! Kann ich jetzt einfach hier gehen? War's das? So einfach? Hä? Wo muss ich hin? Ah, warte mal! Äh! Oh mein Gott! Äh! Zieh! Ja! 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 Jetzt! Ja! Zieh dich nach oben! Zieh! Äh! Oh! Ja! Gut so! Ja! Ich bin oben! Junge! Sei leise! Ab nach unten mit dir! Äh! Tschüss! Tschüss! Hahaha! Ein bisschen Spaß muss sein, Leute! Es muss irgendeinen anderen Weg hier raus geben! Vielleicht einfach hier? Hä? 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 Hagi lebt! Haggis Freundin! Hagi's Freundin! Äh! Äh, ne-ne-ne! Lass mal! Lass doch zu, ey, ey, ey Mach wieder runter Hä, hat sie mir jetzt die Tür aufgemacht? Hä? Das war jetzt, war das, war das jetzt Haggis Freundin? Wer ist denn jetzt die Freundin von Hagi? Bruder, ich, ich checke hier gerade gar nichts Ähm Tschüss Einmal bitte mitkommen, ja? Kommen Sie mit daher, Sie müssen einmal bitte mitkommen Ne, warte mal, falsche Richtung Ne, doch richtige Richtung, hä? Digga, wo bin ich hier? Warte mal, hier ist ein Lüftungsschacht Das ist Kein gutes Zeichen, wenn das so dunkel ist Ah, Hebel, Moin Meister So, warte, jetzt glaube ich hier hin Dann Das Dahin Und das Dahin Und solange die aktiviert sind Komm her Äh, ich glaube wir müssen ihn jetzt hier runterziehen, Leute Junge, fahr Roll Komm her jetzt Du musst mir das jetzt aufmachen, Kollege, ja? Komm, rutsch Mach was! Bats Äh Äh Okay, wir sind weiter, Leute Aber es sieht ein bisschen dunkel hier aus Äh Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet schon wieder? Hä? Och, nicht schon wieder so ein komischer Tunnel Äh Äh, okay Kann ich jetzt bitte einfach Ich bin Ich bin wieder hier, Leute Wir sind wieder draußen Wir haben das nächste Minigame auf jeden Fall auch hinter uns. Wichtiger Hase. Das letzte Minigame ist am blinken, Leute. Das letzte Minigame ist am blinken. Her mit dem All. Zack, Junge. Oh nein. Leute. Oh mein Gott. Das finale Minigame, Leute. Ja, aber warte mal. So, geh auf jetzt. Digga, das Ding lässt sich nicht. Warte, kann man zwei Hände nehmen? Aha. So ein Ding ist das. Och, Digga, mach doch komplett auf, ja. Oh oh. Oh oh. Leute. Finale. Bruder. Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Was ist das da oben? Muss ich hier hoch? Äh, 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 äh. Hallo? Was ist denn hier los? Okay, das Spielchen spielen wir also wieder. Ich verstehe. Äh. Jetzt wieder bewegen. Lauf, 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 la Es ist dunkel, wir laufen, wir laufen, wir hangeln uns. Wir hangeln uns nicht. Jetzt! Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Es ist dunkel, wir bewegen uns. Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Junge, wie... Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns nicht. Wir springen stattdessen. Wir laufen. Wir laufen doch nicht, es ist wieder hell. Medium, easy. Umgedeckte Psychologie, wir müssen hart nehmen. Wir nehmen hart. Vertraut. Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Es ist dunkel, wir bewegen uns. Es ist hell, wir bewegen uns nicht. Wir gehen wieder. Warte mal, da ist wieder irgendwas. Hier ist irgendeine Figur. Oh, Sackgasse, links oder rechts? Was nehme ich jetzt? Sackgasse. Digga, wir haben es geschafft. Ich bin drauf. Junge, er ist direkt hinter mir. Bruder, er wird mich gleich auffressen. Ey, bitte ess mich nicht, Bro. Bitte, 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 Bro. Bitte ess mich nicht. Bro, du sollst mich nicht essen. Mach einen Abgang. Bitte, Bro. Ich bin nicht lecker. Ja, komm. Ich muss hier raus. Oh, oh. Äh. Äh. Leute, der Wurm, Junge. Er will mich. Renn, renn, renn jetzt, Bro. Renn. Wohin? Da hoch. Junge, zieh. 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 Oh, mein Gott. Oh, oh. Wir haben es. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir sind weiter. Leute, okay, wir sind weiter. Die Frage ist. Äh. Bro, wo? Was? Was liegt hier? Brauche ich irgendwas? Oh, nein. Ich bin wieder ein Tunnel. Oh, nein, Digga. Ich mag keine Tunnel. Nein. Da ritten wieder irgendjemand. Diese, diese komische Freundin von Hagi ist wieder da. Äh? Bro, zieh einfach durch, ja? Oh, oh, oh. Ach, du heilige. Digga. Bro, renn. Renn um dein Leben. Digga, wo muss ich hin? Junge, ich will weg. Ich will doch einfach nur raus hier, Digga. Bitte, lass mich doch einfach raus hier. Bitte. Digga, wo muss ich hin? Was soll? Er geht hier vor sich. Digga, warte mal. Hier ist eine Tür. Digga, wo ist denn jetzt der Ausgang? Ich habe mich verlaufen, Leute. Ey. Warte mal. Das? Nee. Digga, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin irgend so im Schacht auf einmal. Junge, ich mag diese Schächte nicht. Das letzte Mal, als ich in einem Schacht war, hat mich Hagi, Wagi gejagt, Alter. Hier ist so doch irgendwas die ganze... Äh, Bro? Was passiert hier? Hallo? Wo bin ich? Hä? Digga, ich spür doch einfach nur den Ausgang. Ja. Äh. Ey. Hallo, hallo. Schee, Bruder. Hä? Äh. Nein. Ey, Hagi, Wagi ist... Freundin? Schäme, Junge. Junge. 10, 9, 10, 7, 6. Bruder, renn um dein Leben, Bruder. Renn um dein Leben. Bruder, Bruder, wo bin ich? Ich will einfach nur hier raus. Ich will hier raus. Renn um dein Leben. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hier sind irgendwelche Kartons. Wir müssen hier lang. Hier ist dunkel. Ich sehe nichts, aber egal. Ich sehe... Bruder, Bruder. Renn einfach. Renn einfach nur, Bruder. Da rein, da rein, da rein. Abfahrt, Abfahrt. Digga. Oh mein Gott, Alter. Digga. Digga, ich check gar nichts gerade. Ist das endlich mal der Aus... Äh. Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 Ausgang, Ausgang. Lass mich durch. Äh. Äh. Junge. Äh, warte mal. Ich muss, ich muss nach oben. Nach oben. Zieh, zieh. Oh. 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 Sieh. Sieh, mein Junge. Oh. 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 Junge, die... Die sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht. Oh. 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 Ich glaub, die Luft ist rein, glaub ich. Digga. Oh. Digga. Digga. Oh, ich kann das nicht mehr. Ich muss doch jetzt irgendwann mal endlich diesen verkackten Ausgang hier finden, Alter. Das zieht sich ja so aus von in die Länge, Alter. Lass mich jetzt hier raus. Wir müssen, glaube ich, doch hier ans Ende jetzt oder so. Digga, wo bin ich hier? Ach, du heiliger Bim Bam. Was zur Hölle geht hier vor sich, Alter? Hebel umlegen. So ein Ding ist das. Abfahrt. So, was passiert jetzt? Geht irgendwas auf? So, Digga. Ich bin jetzt für das Nummer zwei. Digga. Hä, die ist ja schon wieder da. Ey. Nein, ey, ey, hallo. Warte mal. Ey, lass mich raus. Renn, 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 renn. Wo bin ich? Wo lang? Wo lang? Ey, ey. Junge. Was, hä? Was macht die? Hä? Wo bin ich? Ii, geh weg. Ich mag keine Hände. Ah, renn. Leute, bitte, ich will hier raus. Bitte, bitte, lass mich raus. Zieh, zieh. Schneller, 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 schneller. Wohin? 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 Rüber. Ja. Renn, renn. Renn, Bruder, renn. Renn, irgendwo hin. Mach irgendwas. Mach irgendwas. Egal. Hauptsache, irgendwo hin. Renn. Oh, 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 oh. Mach auf. Komm schon. Lass mich raus. Oh, ah. Mach schneller. Renn, renn, renn. Oh nein. Nehm. Sind wir, sind wir sicher? Wo bin ich? Was ist doch alles so ein... Eine Tür? Geh auf. Junge, mach schneller. Ey. Ey, ey, ey. Ey, Bruder, hallo. Mach jetzt nicht so. Mach schneller. Mach schneller. Sie kommt. Sie kommt. Mach schneller. Sie kommt. Digga. Äh, Hebel. Hebel umlegen. Ja. Was passiert? Ja. Ja. Ja, das war's mit dir. Huggi-Wuggi-Freundin. Gar nichts kannst du mir. Es ist... End im Gelände. Zick, zack. Schluss mit dir. Ich bin dabei. Hier starten wir jetzt. Oh mein Gott. Ich bin so gehypt. Leute, es geht los. Bobby Playtime. Chapter 3. Ihr seht, wir sind hier direkt am Start. Mit unseren zwei Händen. Hier natürlich können wir wieder diese Hände ausfahren. Richtig, richtig nice gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt erstmal um. Wo sind wir hier? Das sieht echt merkwürdig aus. Also wir müssen wirklich heute auch die komplette Location abchecken, Leute. Wirklich richtig, richtig nice. Ich bin extremst gehypt. Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt hier einfach mal nach vorne und gucken, was sich... Was passiert hier? Ey, warte mal. Das Ding fährt zusammen. Das ist irgendeine Presse. Die wollen uns umbringen. Oh mein Gott. Wir müssen hier raus, Leute. Oh, komm schon. Spring, spring, spring. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Digga, Leute. Was um alles in der Welt? Hier, guckt euch das an. Das Teil fährt einfach zusammen. Hier wurde dann irgendeine Presse reingeschoben. Das ist irgendeine Müllpresse oder irgendwas. Ey, die Katze wollte uns, glaube ich, umbringen, Leute. Ich gucke jetzt mal, dass wir irgendwie vielleicht hier rauskommen. Aber ich check ehrlich nicht, was das hier sein soll. Ey, Leute, ne? Ich bin so aufgeregt. Warte mal. Wir haben auch direkt unten eine Message bekommen. Look around for objects to pull yourself up by holding. Okay. Wir sollen quasi nach irgendwelchen Objekten schauen, um uns hier quasi hochzuziehen. Okay, wir gucken mal. Ist hier irgendwas, wo wir uns hochziehen können? Ich probiere mich mal da oben festzuhalten mit beiden Händen. Und ich glaube, wir können uns da hochziehen. Sehr gut, Leute. Okay, wir sind jetzt schon mal irgendwie hier oben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht ein bisschen aus wie eine Spielzeugfabrik oder irgendwas, ne? Okay, hier geht es weiter. Hier bewegen sich auch irgendwelche Teile hoch und runter. Wo müssen wir lang? Ich spring mal da drauf. Ist hier irgendwo ein Ausgang? Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Das Ding hat uns fast zerquencht, Alter. Wir müssen schnell machen. Wo müssen wir lang? Ich gucke mal. Können wir hier links weiter? Ich glaube, wir müssen da oben lang, Leute. Wir warten mal, bis das Teil nach unten kommt. Ich glaube, da oben ist der Ausgang. Okay, wir fahren nach oben. Wir springen jetzt aufs nächste. Zack, zack. Und jetzt hier lang. Okay, Leute. Sehr gut. Ich glaube, wir sind dem Ganzen auf der richtigen Spur. Guck mal. Was ist das hier? Ey, ich habe echt Schiss, Leute. Ihr wisst. Poppy Playtime. Aka unser Hagiwagi-Spiel hier. Ist wirklich eins der besten, aber vielleicht auch gruseligsten Hocherspiele, die ich kenne. Okay, wir können uns anscheinend auch ducken. Habe ich ja eben schon gemacht. Das weiß ich schon. Sehr gut. Wir können hier durchschleichen. Oh nein, was ist das, Leute? Hier, schaut euch das an. Hier ist überall Blut. Und hier hängen irgendwelche Spielzeuge an der Decke. Ey, Hagiwagi. Was hast du damit zu tun? Press E to interact. Okay, ich glaube, wir können jetzt damit die Tür öffnen. Sehr gut, Leute. Okay, anscheinend. Müssen wir hier lang, aber hier drüben ist da auch irgendwas. Wir checken das mal ab, Leute. Wir wollen ja, dass wir da lang gehen, aber ich checke hier erstmal ganz kurz. Trotzdem. Ach, du heilige. Junge, von da oben. Wir hopfen einfach Blut runter. Hier ist ein richtiges Blutbad. Was für die ganzen Spielsachen hier passiert. Hey, Leute. Ey, ich habe keine Ahnung, aber das sieht echt nicht gut aus. Digga. Oh, Leute. Hier liegen diese Gasmasken aus dem Trailer. Ich blende euch hier mal ganz kurz das Trailerbild ein mit dieser Gasmaske da. Ey, ich bin sehr gespannt, was es mit diesen Gasmasken hier auf sich hat im dritten Teil, Leute. Wir gucken mal. Geht es hier vielleicht noch lang? Ne, hier ist abgesperrt. Aber da liegt irgendein blauer Rucksack, Leute. Schaut mal. Können wir den greifen? Vielleicht ein Easter Egg oder sowas, Leute. Ich komme nicht ran. Okay, Leute. Anscheinend müssen wir da irgendwie einen anderen Weg hinfinden. Okay. Aber wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir wirklich alles abchecken, Leute. Das bedeutet wirklich, jedes einzelne Detail, was wir hier sehen, müssen wir abchecken. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier oben weiter. Da sollten wir ja eigentlich lang laufen. Und ich merke schon, ist es... Was war das? Okay, so wie es aussieht, sind wir nicht alleine, Leute. Okay, okay. Wir gehen mal weiter. Oh, Gottes Willen, Junge. Wo bin ich denn hier gelandet? Was sind das eigentlich für komische Turbinen, die sich hier bewegen, Digga? Und hier unten ist irgendwie Gas oder irgendwas. Richtig ätzendes. Das sieht echt nicht gut aus. Okay, ich glaube, wir müssen über diese komischen Teile da drüber laufen, Leute. Ich komme nicht mal um. Was ist das? Hier sind wieder irgendwelche Spielzeuge aufgespießt, Alter. Oh mein Gott. Okay, ich gucke jetzt mal, dass wir hier rüberkommen. Okay, das muss anscheinend schnell gehen, Leute. Okay, ganz schnell. Das muss richtig schnell gehen. Oh mein Gott. Das ist doch richtig knapp. Okay, es geht direkt weiter, Leute. Hier lang. Wir müssen uns beeilen. Dinger bleiben nicht ewig. Oh. Ah. Oh. Leute, ich glaube, wir... Ich glaube, wir haben verkackt. Okay, das war anscheinend der falsche Weg, Leute. Oh mein Gott. Ich bin einfach da reingefallen. Okay. Versuch Nummer zwei. Wieder hier auf die Turbinen drauf. Zack, zack, zack. Jetzt schnell hier rüber. Wir müssen gucken. Wie machen wir das am besten? Können wir uns irgendwo festhalten? Okay. Ich probiere es jetzt nochmal, Leute. Ich glaube, ich muss einfach dabei sprinten, indem ich quasi einfach hier richtig schnell drüber laufe. Okay. Ich glaube, jetzt so hat es funktioniert. Sehr gut. Okay. Wir gucken mal. Wo geht es weiter, Leute? Was ist das? Das ist irgendwelche Spielzeuge. Aber ich bin ein bisschen da drüben lang. Okay. Hier geht es runter. Wir müssen, glaube ich, wieder irgendwas greifen wahrscheinlich. Was ist das? Ist das eine Schaukel? Wir müssen da drauf, Leute. Okay. Warte. Ich ziehe das Ding nochmal her. Jetzt drauf. Vor und ab nach drüben. Okay. Sehr gut. Und jetzt geht es weiter in den Lüftungsschacht. Leute. Ey. Ihr wisst. Ich hasse Lüftungsschächte. Ich habe so Angst davor. Ey. Im ersten Hagiwagi-Teil war das ja so, dass uns durch diese Lüftungsschächte Hagiwagi verfolgt hat. Aber die Frage ist. Müssen wir hier runter? Ich glaube schon, oder? Oh nein. Hä? Wie geht es nicht weiter? Ah, doch. Hier lang. Ey. Ich schwöre. Ich habe so Schiss davor. Ich weiß nämlich noch ganz genau, was im ersten Teil passiert ist. Da ist so ein Sagiwagi hier durchgefolgt. Aber müssen wir hier lang? Ah. Okay. 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 Was ist das hier? Das ist irgendein Laborraum oder sowas, Leute. Hier müssen wir wieder unsere Hand scannen. Okay. Schauen wir uns trotzdem mal ganz kurz um. Was ist das hier? Ist wieder überall Blut. Digga. Das ist echt schon brutal, ne? Wenn man überlegt, dass das eigentlich ein Kinderspiel ist. Digga. Holy shit. Holy shit. Okay. Place the battery into the socket to supply power. Okay. Wir müssen anscheinend irgendwie Batterien hier reinmachen, Leute. Damit wir quasi hier Power bekommen. Weil ihr seht, noch funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen irgendeine Batterie oder irgendwas finden, ne? Die Frage ist nur, wo verstecken sich die Batterien? Hilft irgendein Fernseher? Okay. Aber wir brauchen Batterien, Leute. Wenn ihr Batterien seht, ne? Ihr müsst mitspielen. Ihr müsst mir helfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Aber die Frage ist, wo sind hier Batterien? Digga. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, Leute, ne? Ah, ich glaub, da ist eine. Okay. Sehr gut. Da ist die erste Batterie. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch eine zweite Batterie. Die Frage ist, wo ist die zweite? Vielleicht in irgendeinem Schrank drin? Wir können Schränke öffnen. Wir gucken mal. Die ist bestimmt irgendwo in einem Schrank hier drin, Leute. Okay. Okay. Hier sieht es nicht gut aus. Hier auch nicht. Im Kühlschrank vielleicht? Auch nicht. Da muss hier eigentlich hier oben oder so drin sein. Das ist auch nix drin, Leute. Hier vielleicht? Hä? Jetzt bin ich grad ein bisschen verwirrt. Wo ist die letzte Batterie, Leute? Die muss ja irgendwo hier sein. Da oben vielleicht? Ne, das ist keine Batterie. Ist was hier in einem Schrank oder so drin? Oder ich hab... Hä? Hagi! Hagi! Hagi-wagi, Leute! Oh mein Gott. Leute. Wir haben im ersten Teil Hagi-wagi ja eigentlich umgebracht. Ich blende es euch hier ganz kurz ein. Ganz am Ende ist er da runtergeputzelt ins Nichts. Aber er scheint zu leben. Hier ist ein Kisten. Vielleicht ist das irgendein Easter Egg, irgendein Hinweis, Leute. Aber hier sind auch so Kratzer. Das könnte Hagi-wagi gewesen sein. Aber nichtdestotrotz brauche ich die letzte Batterie. Ah, da drin ist sie im Raum. Boah, bin ich dumm. Ich hab sie, Leute. Okay, rein damit. Sehr gut. Und jetzt müsste der Scan hier mit der Hand eigentlich funktionieren. Sehr gut. Es geht, Leute. Ich glaub, wir machen sehr gute Fortschritte. Okay. Oh nein. Da ist wieder so eine Pappfigur, wo wir den Knopf drücken müssen, Leute. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1! Ich bin Baba-Baba-Baba-Fund. Baba-Baba-Fund. Er erinnert sich an mich, sagt er, Leute. Okay. Ich erinnere mich aber nicht an dich, Kollege. Ah! Ah. Ah? Vielleicht ist es nur ein komischer Trick oder so. Vielleicht lebst du, willst du mich umbringen, ha? Ah! Warte, Leute. Wir müssen irgendwo hier Energie bekommen. Ah! Okay, wir haben die Hand aufgeladen, Leute. Ich kenne das noch. Stimmt, wir müssen die Hand aufladen und dann so machen. Ah! Okay, aber hier klingelt irgendwas. Von wo? Hallo? Ah, hier ist ein Telefon. Hallo? Ja, ich höre dich. Okay. Okay, Tür öffnen. Okay, Leute. Also, ihr habt es ja selber hoffentlich gelesen. Für euch nochmal ganz kurz. Sie meinte, sie will nicht, dass sie stirbt. Deswegen will sie mir helfen. Keine Ahnung, wer dieses Mädchen ist, aber... Ähm... So, wie es aussieht, wurde der Ausgang gerade zugemacht. Anscheinend hat mich jemand hier eingesperrt, Leute. Keine Ahnung. Das bedeutet, wir sind schon mal nicht alleine. Das ist kein gutes Zeichnen. Ah. Aber okay, dann würde ich sagen, nehmen wir einmal die Batterie. Herr Kollege, und dann einmal rein hier, bitte. Bam! Äh, hallo? Ah, okay. Tür geht auf. Sehr gut. Ey, ich habe so Schiss, ne, Leute? Ich meine, ich spüre, es dauert irgendwie nicht mehr lange, bis der erste Chump-Scare kommt. Oh, das Mädchen. Aha. Okay. Ey, du machst ein bisschen Angst, Kleine. Ne, 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 du bist krank im Kopf, wir müssen jemanden retten. Ne. Okay. Ne. Digga, Leute, das Mädchen macht mir Angst. Ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie ein Teil davon, von dieser komischen Katze da. Die will mich in eine Falle locken, ich sage euch. Wo ist der Ausgang? Ist mir hier hoch? Das geht nicht, oder? Doch, das geht. Junge, hör mal auf, jetzt zu reden. Ich muss ausbrechen, ne. Ah, danke, dass du meinen Namen sagst. Der heißt Olli, Leute. Ein Mädchen, was Olli heißt. Eigentlich ein Jungsname. Ist das vielleicht ein Junge oder gar kein Mädchen? Ich weiß nicht. Aber hier ist wieder... Hagiwagi-Statuen. Hagi, lebst du noch? Er wurde versteinert, Leute. Also, Hagiwagi, falls es dir gut gehen sollte, ich bin auch hier. Liebe Grüße. Ich hoffe mal, ich werde nicht so wie du enden. Ah, okay, du kannst nicht reden, aber... Hagiwagi, was haben sie dir angetan? Leute, das ist Hagiwagi, eine Spielzeugfigur. Die wurde einfach geköpft. Und ein Bein fehlt auch noch. Also, was auch immer sich hier rumtreibt, scheint ein richtig böses Monster zu sein. Aber, okay, wir gucken mal. Können wir hier durch? Nee. Wie kommen wir hier lang, Leute? Ah, warte mal, hier ist eine Tür. Die ist abgeschlossen. Was ist da drin? Da ist irgendein Generator, Leute. Ah, okay, wir müssen also anscheinend irgendeinen anderen Weg da reinfinden. Ah, warte mal, da oben ist was. Was ist das? Hier ist irgendwas. Das muss doch einen Grund haben. Warum kann man sich da... Hä? Leute, es muss... Es muss einen Weg nach oben geben. Oder ich glaube, das war dafür gedacht, dass ich hier hochkomme. Ich weiß nicht. Aber gut. Hier ist noch eine Tür, die wir vielleicht öffnen können. Und die ist tatsächlich sogar auf, Leute. Hey, ich habe so Angst, ne? Digga, ich mache nicht mal die Tür zu, Leute. Falls uns jemand folgt... Wenn die Tür danach auf ist, dann weiß ich, hier war jemand. Ich habe sie geschlossen. Wir merken uns das. Alles in der Welt. Hier ist alles komplett kaputt gemacht, Digga. Okay, Monitore sind auch alle komplett aus Kameras. Ah, hier ist ein Knopf. Wartet mal. Ah, Batterie geht nicht. Okay, wir gucken mal weiter, Leute. Digga, ich warte wirklich nur noch auf diesen Chumpscare, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir sind anscheinend jetzt weitergekommen. Grab the handle and rotate the beam with Q&E. Hä? Okay, warte. Äh, aim at the beam and the power input while touching the power... Bruder, was? Digga, wie kompliziert. Hä? Was für ein Ding? Jetzt bin ich wieder hier. Ah, die Dinger leuchten aber. Können wir jetzt hier durchgehen, oder was? Ah, okay. Wir haben quasi die Dinger damit aktiviert. Sehr gut, Leute. Okay. Ihr merkt, wir machen langsam aber sicher Fortschritte. Press here. Okay, wir drücken den nächsten Knopf, Leute. Hey, I'm kicking chicken. Kicken chicken. Wanna go outside and hang out? Nee. Er fragt mich, ob wir draußen abhängen wollen. Nee, eigentlich nicht, Großer. Danke, passt schon. Ich will eigentlich nur hier raus und herausfinden, was es mit der komischen Katze hier Capnet auf sich hat. Ist das der Zug, Leute? Nee, das ist irgendeine Seilbahn. Äh. Okay. Passiert nichts. Ich glaube, wir müssen erst wieder irgendwie Strom aktivieren oder sowas, Leute. Ah, warte mal, hier sind zwei Hebel. Da ist einer. Und da drüben ist noch einer. Wir müssen, glaube ich, beide machen. Wartet. Ah, okay, okay. Ich verstehe. Ey, ich weiß nicht, ob ich wirklich da reingehen will, Leute. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben... Okay, wir haben keine andere Wahl. Ey, Digga. Ich hoffe echt so krass, dass ich nicht gleich... Ähm. Okay. Okay, ich glaube, das ist ein Checkpoint, Leute. Äh. Oh. Es geht los. Nein. Digga, wo fahren wir hin? Es geht übertief nach unten, Leute. Ich will raus. Lass mich raus. Ich will da nicht hin. Ich will auch nach oben und nicht nach unten. Hallo, das war eine Falle. Es geht immer tiefer. Ich will nicht nach unten. Ich will nicht nach oben. Hallo, lass sie mich raus. Nein, machen die Türen nach oben. Ich will doch einfach nur raus. Hör auf, so zu gucken. Ich kann nicht weggucken. Hagi. Ich will nicht dahin gucken. Hallo. Hä? Hä? Das wird immer größer und immer heller. Hallo, Hagi. 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 Ich glaube, du bist tot. Oh mein Gott. Rentscheller. Rinde um dein Leben. Ah. Oh mein Gott. Bruder. Digga. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Digga, Leute. Ich habe euch gesagt, der Moment wird kommen. Haki ist am Leben. Er lebt. Ich dachte, wir haben ihn umgebracht. Ach, Haki scheint am Leben zu sein, Leute. Okay, wegen des habe ich meine Hände wiederbekommen. Dankeschön. Aber wir sind immer noch hier. Ich will hier raus. Laden Sie mich bitte raus hier. Ich will raus hier. Mach die Tür auf. Oh Mann. Digga, Leute. Was geht hier vor sich? Wir sind Fahrstuhl. Wir müssen... Warte mal. Ah. Die Tür ist auf. Digga, Leute. Aber wir haben immer noch nicht die Katze zu sehen bekommen. Richtig. Irgendwas muss es ja mit der Katze auf sich haben. Papi Longleg? Was machst du denn hier? Hallo? Er geht nicht. Okay, ihr müsst wieder irgendwas aktivieren, Leute. Mami Longleg? Geht auch nicht. Okay, warte mal. Wir können die Würfel... Wir können die Würfel bewegen, Leute. Was müssen wir damit machen? Warte mal, geht es irgendwo runter. Hier ist eine Maske. Wir haben eine Gasmaske bekommen, Leute. Okay. Müssen wir hier runter? Muss ich die Würfel hier reinziehen? Ich weiß nicht. Oh Gott. Hier sind wir irgendwo unten, Leute. Ah, hier ist das Gas. Ich glaube, hier brauchen wir unsere Gasmaske, Leute. Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist irgendein Rennauto. Guck mal. Da sitzt irgendwer drin. Wir müssen irgendwie hier durchkommen. Frage ist, wie aktivieren wir das? Ich bin die Boxen aber auch nicht hier reingezogen. Komm ich wieder raus hier? Nee. Kacke. Was machen wir jetzt? Okay. Die Frage ist halt jetzt, Leute. Wir müssen... Irgendwie, glaube ich, da durch. Wie kriege ich das Auto? Hier ist so ein Ring. Müssen wir vielleicht daran drehen? Tschüss, Digga. Digga. Es ist voller durchgerammelt. Diesen gummisches Pad wieder. Wo bin ich? Hier ist irgend so ein Waschraum. Ich ziehe mal die Maske wieder aus, Leute. Digga, was ist das hier? Digga, wo bin ich gelandet? Olli Mauli, was ist das? Wir müssen hier durch, oder? Kann ich das runterziehen? Ja. Digga. Bro, hier sieht es ja komplett zerstört aus. Kommen wir hier lang? Was ist das? Äh. Hallo? Ah! Bro! Bro! CatNet war da, Leute! Oh mein Gott, was? Bro! Holy shit! Holy shit! Digga, wo... Wo bin ich hier? Digga, was ist das? Leute, einfach die Katze war da. CatNet. Hallo? Hier ist eine Batterie, Leute. Zack. Wir brauchen aber noch eine zweite, glaube ich. Oh, eine zweite. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ah! Kissy, Missy! Ähm. Leute, das ist die Freundin von Agi-Wagi. Kissy? Äh. Ah! Was? Hallo, Kissy! Was machst du hier? Willst du spielen? Die hört mich nicht, die ist voll traurig. Die guckt irgend so ein Kinderfoto an. Ähm, Kissy, wir, wir, wir sehen uns später, okay? Ähm, wir sehen uns... Digga. Okay, ich mach die Tür zu. Ich würde dich gar nicht stören, Kissy, okay? Digga. Okay, warte mal. Hier kommen wir nicht lang, Leute. Hä? Ich brauche irgendeine andere Batterie noch, Leute. Wartet mal. Hä? Aber es ist einfach Kissy, Missy, die Freundin von Agi-Wagi ist und die einfach hier war, Leute. Hä? Wie random. Okay, warte mal. Was ist hier vorne? Guck mal, nicht lang. Hä? Und dann Hebel umlegen. Das geht out, weil das Ding im Weg ist. Du wirst das Ding wieder runter machen. Warte. Nee. Hä? Ausmachen. Ah, wir können das festhalten, glaube ich. Dann das anmachen. Und das da auch anmachen, oder? Ah, Digga, Bruder. Man muss hier aber auch echt. Holy shit. Digga. Das ist hier echt auch so ein bisschen mit Köpfchen, Leute. Ihr merkt schon. Aber es sieht gut aus. Wir sind auf einem guten Weg, aber hier geht es nicht lang. Wir müssen da lang. Ist hier irgendwas? Nee. Wo? Digga. Mach mir keine Angst, Alter. Okay, Leute. Gerade auslaufen. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts. Okay. Richtig. Da komm ich nicht durch. Hier ist ein Knopf. Boah. Da kommt irgendwas von oben runtergefahren. Ein Fahrstuhl. Hä? Ich liebe Fahrstuhl, Leute. Rein da. Und jetzt nach oben, bitte. Hallo. Hallo. Nach oben. Hallo. Hey. Ich bin zu schwer. Ah, jetzt fährt er. Idiot. Ja. Oh, hier ist Blut. Nicht gut. Nicht gut. Ich mag kein Blut. Hallo? Abgeschlossen. Ah, kacke, Leute. Alles abgeschlossen. Ich will raus hier. Oh, Katzenkissen mag ich nicht. Wir müssen nach oben. Die Frage ist, was versteckt sich hier oben? Ah. Oh. Wir sind draußen. Ja. Danke. Ah. Ah. Kissy, Missy. Oh. Genau. Ist das Olli? Digga, Kissy, Missy, Leute. Wir wollen uns gerade aufessen. Okay. Digga, Leute. Einfach. Kissy, Missy ist auf einmal da. Aber sie scheint nett zu sein. Kissy, ich wusste, wir sind Freunde. Ja. Ah, das ist gar nicht Olli. Das ist Poppy. Oh. Leute, Poppy kennen wir ja, glaube ich, auch aus dem... ...ersten oder zweiten Teil. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Was ist das? Was machst du? Huh? Das Nebel. Licht. Bitte. Bitte Licht. Ah, doch nicht. Ein Fahrstuhl. Ah. Kacke. Verdammt. Okay, wir fahren Fahrstuhl. Mit Kissy, Missy zusammen, Leute. Hahaha. Sie meinen, sie ist nicht mein Feind. Das ist doch schon mal was Gutes, Leute. Wir fahren nach oben. Okay, sie brauchen mich, sagt sie, Leute. Ja, ist ja alles schön und cool, aber ich sage ehrlich, ich finde das hier unten, ehrlich gesagt, nicht so cool alles. Muss ich ehrlich sagen, also. Boah, die Sterne, die Sterne, Leute, guck mal. Ah, das sind Fake-Sterne, das ist alles nur eine Kuppel. Kacke. Ja, wo wollen wir lang? Ah, wir brauchen erst zwei Batterien, damit das geht. Jetzt checke ich. Ja, Bro, aber wo geh ich denn die zweite Batterie her? Oh. Boah. Digga, Leute, ihr merkt, das ist alles nicht so einfach hier. Ah, warte. Wir müssen das Ding erst noch anmachen. Aber wie soll ich das machen? Ich brauche... Ah, warte. Lass mich raten, hier oben... Ja, ich wollte gerade sagen, da oben muss doch irgendwas sein. Aha. Lüftungsschacht. Weil ich Lüftungsschächte so sehr mag, geht es in einen Lüftungsschacht rein, Leute. Yippie. Let's go. Das ist es. Okay, egal. Hm, wo geht es denn hier hin? Hallo? Ha. Guck einer an. So geht es doch auch, Leute. Seht ihr? So leicht kommt man an seine Batterie ran. Super, okay. Komm schon. Ich will einfach nur raus hier. Komm schon, bitte lass mich raus. Okay, rein mit der Batterie. Jetzt aber. Zack. Und jetzt können wir das Ding hier nämlich nehmen. Zack. Können wir schnell rauslaufen. Nee, doch nicht. Nee. Hä? Wo muss ich hin? Ah, ich check, Leute. Warte kurz. Wir müssen auch neu aufladen. Nochmal neu aufladen. Zack. Jetzt schnell rennen. Zack, zack, zack. Hier drunter. Schnell, 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 schnell. Komm schon, komm schon. Beeilung, Beeilung. Und jetzt zack. Ja. Super easy. Lemon squeezy. Oh, hier ist wieder ein komischer Fernseher, Leute. Oh, oh. Oh mein Gott. Was war das schon wieder? Wer ist das? Hallo? Wer war das? Digga. Hey, hey. Weg mit euch. Hey. Digga, macht euch mal weg hier. Leute, ich glaube, man kann die nicht töten. Man kann die nur verjagen mit Feuer. Die mögen nämlich kein Feuer. Ey, die kommen übel schnell alle. Ey, Digga. Ich um. Bro, was geht hier ab? Digga, hallo. Bro, 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 bro. Ey, macht einen Abgang. Macht einen Abgang. Das Ding ist leer. Kacke. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel Munition verbrauchen. Muss nämlich nachladen, das Teil. Ah, Sackgasse. Verflucht. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Hey. Oh mein Gott, Bro. Wie viele. Hallo? Macht euch ab. Kuselige Kuscheltiere. Also, ja, 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 ja. Ich merke schon. Weg mit euch. Lasst mich in Ruhe. Ich glaube, wir sind richtig, Leute. Oder? Sind wir richtig? Das ist eine Rutsche. Woo. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich will weiterlaufen, Leute. Ich traue dem Ganzen nicht. Ah, nee. Das ist eine Sackgasse. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Hä? Kacke. Ich komme hier nicht hoch. Hinter mir, Digga. Hey. Hä? Oh. Digga. Leute, was geht denn hier ab? Lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Oh. Digga. Hier ist irgendwas. Wir müssen irgendwas aktivieren. Ah, ich check, glaube ich, Leute. Wartet. Hey. Hey. Blüht, Mann. Wir kommen noch eins. Weg mit dir. Den haben wir aktiviert. Sehr gut. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Weg mit dir. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay, wir müssen noch so einen Knopf finden, Leute. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Weg mit euch. Hässigen Viecher. Macht einen Abgang. Digga. Übelgruselig. Hey. Okay, okay. Hier ist der Nächste. Hey. Wir können springen. Ich muss nachladen. Uh. Komm runter. Würfel, komm. Ja. Aber da ist noch einer. Hä? Ich check nicht ganz. Wartet, wartet, wartet. Wir müssen hier noch einen aktivieren. Ich glaube schon. Wir müssen den Knopf drücken, Leute. Wir müssen da hoch. Okay, wartet, wartet. Wir müssen da hoch. Äh. Wartet. Hier lang. Da lang. Hier lang. Hä? Ich wurde gescammt. Ich glaube, hier können wir lang. Ah. Ja. Jetzt hier lang. Und jetzt. Piep. Und jetzt? Ah. Jetzt ist wirklich so ein Teil. Im Kreis. Wartet, wartet, wartet. Wir gehen da drauf. Ah. Ah. Ich check. Okay, okay, okay. Wir fahren da rüber. Sehr gut. Jetzt können wir hier lang. Und. Einen da. Tür zu. Zack. Da lacht irgendjemand. Da lacht er. Hallo? Ist hier nichts. Sackgasse? Hä? Wie, Sackgasse? Nee. Ah, ich muss nach unten. Ah. Okay. Ein Schwimmbad also. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ein Schwimmbad also. Okay. Okay. Okay, hier ist zu. Hier auch. Ich traue dem Ganzen hier nicht, Leute. Ich sage ehrlich. Irgendwas stimmt hier nicht. So, welche Tür nehmen wir? Die hier oder die hier? Oh. Alles die gleiche. Was ist das hier? Hier geht es irgendwo lang. Oh, ich will erst hier lang gehen, Leute. Wir müssen erst. Hä? Komm, wir sind uns. Hä? Dog Day. Was haben sie dir angetan? Ah. Dem fehlen die Beine. Ah. Blöd, Mann. Ah. Ich, ich schüttel dich an. Leute, was wurde ihm angetan? Was machst du hier? Dog Day, was ist mit dir passiert? Der Arme. Brenn, du Opa. Brenn. Ich würde ihm ja gerne helfen, Leute. Aber ich glaube, ihm geht es nicht gut. Kollege? Kannst du mir sagen, wenn er das angetan hat? Nee? Ich muss raus. Ja, das... Ich suche den Ausgang. Ach, du heilige. Äh. Äh. Ähm. Ähm. Bro? Ey, Bro. Bro. Mach das nicht mit mir. Digga, wo muss ich lang? Wo war der Ausgang? Oh, nein. Sag nicht, ich muss wieder alles von vorn machen. Oh, nein. Okay, auf ein weiteres, Leute. Auf ein weiteres. Zweiter Versuch. Ich glaube, wir müssten dann diese Luke da hoch. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Okay, jetzt hier lang. Schnell, schnell, schnell. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Er ist hinter mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Wo lang? Geh auf. Digga, was? Hä? Digga! Oh mein Gott. Captain is coming. Was? Okay, Freunde, auf ein weiteres. Ah! Okay, schnell, schnell, schnell. Renn, 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 renn. So, hier lang. Okay, okay, okay. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Wir drehen uns nicht um. Wir drehen uns nicht um. So, wir müssen nämlich hier lang. Genau, genau. Okay, jetzt rennen wir. Wir rennen weiter. Wir rennen weiter. Erst schnell. Egal, wie ist es schneller. Oh, links lang. Links, 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 links. Hä? Links oder rechts? Links lang? Links oder rechts? Rechts? Oh, was jetzt? Nach unten. Was jetzt? Ach, hier lang. Bro, er ist hinter mir. Nach unten. Renn, rein, rein. Hier lang. Digga, willst du mich verarschen, Digga? Oh mein Gott. Warum? Okay, Leute. Letzter Versuch jetzt. Wir müssen hier lang und rein da. So ein Ding ist das. Okay. Gut. Den alten Knacker sind wir also auch los. Bedeutet, wir sind hoffentlich beide am Ende. Die Frage ist, jetzt müssen wir hier lang? Nee, ich will ein bisschen die Rutsche runterrutschen, oder? Rutsche. Yay! Und wir sind wieder draußen, Leute. Digga. Ich glaub's nicht. Okay, Leute. Also, wir sind jetzt wieder hier in unserer komischen Lobby. Ich nehme mal an, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder einen neuen Schlüssel oder sowas bekommen werden, ne? Wir gehen mal nach unten. Und? Kriegen wir einen neuen Schlüssel? Ich weiß jetzt gerade allerdings gar nicht für welchen Raum, beziehungsweise für welches Gebäude. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es das da ist. Weil da waren wir bisher noch nicht drin, Leute. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal. Oh, das ist das richtige Gebäude. Guck an. Keine Ahnung, was es ist. Sieht auch ein bisschen wie eine Schule aus, oder? Ist das ein Kindergarten, oder? Also, hier oben steht auf jeden Fall Office. Okay. Hier ist ja irgendeine komische Batterie benötigt, Leute. Oh, hier ist zu. Hä? Hier ist alles zu. Hä? Äh. Ah, da versteckst du dich also. Rein damit. Kollege. Okay. Was versteckt sich hier? Hier brauchen wir auch wieder so eine komische Batterie, Leute. Aber auch wieder abgeschlossen. Warte mal, können wir... Äh. Warte mal. Ich hab ne Idee, Leute. Können wir nicht so machen, hä? Man muss einfach manchmal schlau sein. Checkt ihr, was ich meine? Manchmal muss man einfach seinen Kopf einschalten. Ja. Hier. Guckt euch das an. So ein Ding ist das. Was ist hier drin? Hier ist nix. Okay. Was versteckt sich hier? Auch nix. Digga, was ist das für ein komischer Raum hier? Hier ist doch wieder alles voll mit Blut. Was ist das? Hier. Batterie. Ich glaube, wir brauchen wieder eine weitere Batterie. Und dafür würde ich sagen... Ah, wir können die gar nicht mehr weg snacken. Hier ist schon wieder abgeschlossen. Kacke. Okay. Sieht wohl so aus, als müssten wir direkt mal selber wieder neue Batterien suchen gehen. Äh. Okay, dann muss ja hier irgendwo eine sein. Was ist das? Hallo? Ih. Was ist das hier? Hier ist gar nix. Äh. Höh. Das ist ne Puppe. Katnipp. Du eklige Katze. Vorne Batterie, Leute. Warte, da ist eine. Ha. Okay, wartet. Ein hier. Zack. Run. Run. Warum run? Äh. Ne, 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 ne. Stell mal. Ich will nicht rennen. Hallo? Digga, das gefällt mir hier gerade gar nicht. Wir kommen Katnipp immer näher, Leute. Der bösen Katze. Ich hab gar kein Volk. Ich sag ehrlich. Aber ist hier nix drin, Digga? Das glaub ich nicht. Da muss doch irgendwas drin sein. Ne, das sieht echt leer aus. Okay. Hm. Merkwürdig. Help. Okay, wir gehen nach oben, Leute. Links oder rechts? Ich glaub hier ist ne Sackgasse. Okay. Dann doch hier dann, glaub ich. Digga, das Feeling ist hier grad ganz eklig, Leute. Digga, wo sind wir? Das war knapp. Hä? Hier ist wieder irgends ne komische Höhle, Leute. Geht's auch nach unten, ne? Wollen wir oben oder unten lang? Ah, was ist das denn? Oh, das ist wieder irgendwas mit komischen Verbinden-Zeugs, Leute. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich geb mein Bestes. Aber hier ist so dunkel. Wartet mal. Wir müssen ein bisschen Licht hier machen. Ah? Ne. Kann ich hier irgendwie hochklettern? So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das Ding hier aktiviert bekommen. Wir ziehen uns hier hoch. Aha. Hier ist so ein komisches Teil. Das nehme ich an, müssen wir mit dem blauen... Ne. Ne. Warte mal, wir nehmen das da. Machen so. Ah, und jetzt fährt so ein liegendes Teil hoch. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal die lila Hand. Können damit jetzt... Oh! Rüberjumpen. Und hier ist wieder so ein Pad. Warte. Wieder so. Zack. Und jetzt? Wieder zurück. Oh. Und jetzt? Jetzt wieder hoch. Ich bin hier echt gerade wieder ein bisschen verwirrt. Und jetzt so? Und so? Aha. Okay. Und was ist jetzt passiert? Ist jetzt eine Tür oder sowas aufgegangen? Oder... Was ist jetzt passiert? Warte. Ich glaube, wir können jetzt... Wahrscheinlich... Hier lang. Ah, das Teil hat sich runtergefahren. Aha. Und jetzt können wir quasi hier lang. Ich verstehe. Okay. 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 Das sieht doch... Schon mal nicht schlecht aus. Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich habe halt keine Ahnung, was das hier ist. Leute. Ist abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Hagiwagi, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel. Hallo. Was war das? Ich habe irgendwas aufgesammelt. War das der Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Nee. Hä? Hä? Ich muss einen Schlüssel finden, Leute. Aber wo ist der Schlüssel? Der könne halt hier überall liegen, ne? Oh mein Gott. Ich sehe jetzt hier einen Schlüssel zu finden. Ja, moin. Das wird jetzt eine Herausforderung. Das sage ich euch. Ah, die ist eine Kassette. Warte. Hey, gib her. Hallo. Da ist ein Junge. Oh, Leute. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Elterngespräch oder sowas. Das lieben wir alle. Okay. Das war's. Ist die Tür jetzt auf? Bitte sag ja. Ist immer noch zu. Digga. Ich muss meinen Schlüssel jetzt haben. Hallo. Der Schlüssel muss irgendwo hier in diesem Lehrerzimmer sein. Ah. Da ist er doch. Oben im Lüftungsschachsfahrer. Guck an. Wer ihn noch immer da versteckt hat. Aber ich hab dich gefunden. So, jetzt öffne dich meine Tür. Okay, Leute. Es geht weiter. Was ist das? Hi. I'm a crafty game. Oh. Was ein Idiot. Wo sind wir jetzt gelandet? Was ist das hier? Hallo? Digga, ich kann auch nicht ganz einschätzen. Was ist, Leute? Ist das jetzt eine Schule? Oder was ist das hier? Sieht übel kaputt aus. Hier, was ist das schon wieder? Aber sie sagt nichts. Was ist das für ein Schlüssel? Skydome Key. Skydome. Skydome war doch, glaube ich, dieses, ähm, vom Anfang dieses komische Ding, dieser, äh, dieser Fahrstube, die mir nach oben gefahren sind, glaube ich, oder? Ja, da oben ist es, glaube ich. Das ist der Skydome, oder? Was ist das da? Ich glaube, irgendwas ist da. Da müssen wir irgendwas mit dem Schlüssel machen, glaube ich, Leute. Okay, wartet, wartet, wartet. Hier ist irgendwas. Hier. Ha. Ja. Da ist nämlich der nächste Knopf. Komm her, Kollege. Ey, Leute, das könnte, glaube ich, der letzte Knopf sein. Hast du, der letzte Stecker, den wir reinstecken müssen? Wir nähern uns dem Ende, Leute. Ich bin extremst gehypt. Es wird wahrscheinlich auch wieder einen richtig krassen End-Boss-File geben. gegen die, äh, Catnap. Das End-Boss-Monster gegen die Katze. Ich bin richtig gehypt. Ich würde sagen, wir placken das einmal ein und bam. Okay, sehr gut. Ah. Hier ist die fette blaue Batterie, Leute. Ey, müsst ihr doch am Anfang unten in diesem Raum, wo wir diese Gasbehälter hatten. Da war so ein blaues Feld. Ich glaube, da muss das rein. Hier oben ist auch noch gerade eine Tür aufgegangen. Ich glaube, da müssen wir lang, Leute. Wartet, wartet, wartet. Hier lang, hier lang, hier lang. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das Ende, Leute. Ich glaube, das ist das Ende. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin so gehypt. So, dann sind wir richtig. Ja, hier ist diese Gasbehälter, Leute. Und irgendwo hier, da drüben. Da muss die Batterie rein. Digga, wir haben's. Das ist das Ende, oder? Das ist nämlich die fette Batterie für den komischen Generator hier, Leute. Für den da. Oh mein Gott. Ich bin so gehypt, Leute. Wir haben's geschafft. Batterie rein und... Äh... Warum passiert nix? Doll? Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kette! Ah! Oh! 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 Scheid! Oh! 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 Kette! Oh! 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 Ich bin raus! Hier ist... Oh! Endbossfight geht los, Leute! Gegen Catnap! Macht euch bereit! Lasst den Haar nach oben! Der Abonni-Meson nicht gemacht hat! Es geht los! Catnap-Endbossfight! Okay, wo sind wir hier? Was ist das? Das wird so ein fetter Endbossfight, Leute. Okay, okay. Was ich mir machen? Da kommt sie. Wo ist sie? Catnip. Catnip ist da. Die kommt da. Rein. Ey, wie aktiviere ich das? Hallo. Hey. Aktiviere. Ah, warte. Wir müssen. Wartet, wir müssen. Wir müssen. Wir müssen das aufmachen. Energie nehmen. Und da. Zack. Genau. So haben wir uns die verjagt, Leute. Sehr gut. Die kommt da drüben. Dann müssen wir die Hand nehmen. Geh nach oben. Zack. Die Hand nehmen. So machen. Ne. So machen. Und so machen. Noch nicht? So machen. So machen. Ja. Okay. Ich check, Leute. Ich check. Wir müssen versuchen, es so abzuwehren mäßig. Okay. Wo kommt sie jetzt? Sie wird drüben lang. Sie kommt da lang. Das heißt, wir müssen den hier rein machen. Ne. Sie kommt doch da lang. Sie kommt da. Ah. Ah. Komm her. Rein da. Ah. Ah ne. Wir müssen so machen. Aufmachen. Energie nehmen. Ah ne. Von da Energie nehmen. Und hier rein machen. Ah. Okay. Ich check. Ich check. Ich check. Wo will sie lang? Von wo kommt sie? Sie macht da lang? Wo kommt sie? Ich glaube, sie kommt hier drüben, Leute. Auch nicht. Was macht sie? Was macht sie? Oh. Äh. Was muss ich machen? Kettnipp. Ich muss zu machen. Ah. Mach zu. Kettnipp. Was machst du? Wo bist du? Äh. Wie aktiviere ich denn das da? Wie aktiviere ich die Seite? Ist das alles deaktiviert? Please. Battery. Oh. Energie ist alle. Du bekommst Energie. Oh. Kettnipp kommt. Ich muss. Ah. Oh mein Gott. Du verfluchtes Stück. Ah. Digga. Oh mein Gott. Bruder. Ich kann das alles nicht mehr. Digga. Okay, Leute. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Nicht schon wieder. Ey. Klappe zu. Hör auf damit. Du kommst nicht da oben rein. Klappe zu. Hör auf den Tod. Äh. Von wo kommt sie? Ich muss da drüben. Äh. Oder? Ey. Lass die Kappe jetzt zu. Hallo. Klappe zu. Klappe zu. Ah. Okay, Leute. Wir müssen es schaffen, sie zu besiegen. Komm schon. Oh, Batterie, 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 Batterie. Ähm. Wir brauchen eine neue Batterie. Klappe zu. Ah. Komm schon. Nicht gut. Nicht gut. Digga, schon wieder. Öh, die übertreibt jetzt gerade ein bisschen hier. Lass die Klappe zu. Ah. Ach zu. Puh. Digga, wie viele Katzen gibt es denn davon? Oh, oh. Leute, ich habe kein gutes Gefühl. Mm-mm. 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 Wo kommt sie? Komm, wo kommt sie? Komm, wo? Wir brauchen eine neue Batterie. Batterie, Batterie, Batterie. Passi, kommt da. Oh, das war es. Digga. Warum? Okay, letzter Versuch. Jetzt nochmal Batterie. Haben wir reingemacht. Sie kommt da. Jetzt auf lila Switch nach hochspringen. Aktiviert. Fall. Wir haben es, oder? Haben wir es geschafft? Nein, hier oben rein. Ach zu. Du kommst nicht oben rein. Klappe zu. Klappe zu. Ah. Oh mein Gott. Okay, kommt schon. Kommt wieder oben rein, Digga. Lass die Klappe jetzt zu. Höh. Oh. Oh, das Ding. Ah. 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 Was? Die Hand, Leute. Die Spinnehand. Der hat üble Angst. Ja, mach einen Abgang, Cabinet. Hä? Ah. 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 Oder was? Was war das? Digga. Raus hier. Raus hier. Hä? Digga. Let's go, Leute. Oh mein Gott. Bro. Wir haben Poppy Playtime Chapter 3 durchgespielt. Und das in einem einzigen Video, Leute. Holy shit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen richtig dicken Daumen nach oben da, Leute. Vergesst nicht zu abonnieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, checkt auch gern Poppy Playtime 1 und 2 ab. Auch zwei sehr, sehr nice Videos. und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgens in einer Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020